Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight zusammen mit Mina Mushroom und dem Lützchen. Hallo. Wir spielen heute die Cold Wind Farm. Genau mein Perk den ich drin hatte. Und wir spielen gegen einen Random Killer. Wieso habe ich unten rechts bei mir so ein komisches Symbol. Oh Michael Myers ist es. Scheiße. Du wurdest getaggt von Michael Myers. Er hat mich wahrscheinlich schon gesehen. Wie ich wurde getaggt von Michael Myers. Er kann doch quasi jemanden auswählen. Er kriegt extra Punkte wenn er dich hängt. Wirklich? Ja. Oh der ist bei mir. Nein der ist bei mir. Ja bei mir auch. Bitte 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 bitte. Nein nicht zu mir laufen. Nicht zu mir rennen. Bei mir? Okay dann lauf ich Richtung 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 Hütte. Oh er rennt hier hinterher. Gott sei Dank. Oh Mann er geilt sich wieder an mir auf. Da war ich schon mal ein paar Räumatur hier so ein Werkzeugdings. Okay das wusste ich gar nicht dass es mit dem Tag funktioniert. Schön schön dass ich das auch mal mitkriege. Oh Gott da kommt er voll angerusht. Ja lenk dir mal ein bisschen ab Arnold. Alter. Du machst das immer so gut. Arnold kann immer gut die Killer ablenken habe ich das Gefühl. Alter. Oh shit. Hat jemand den genauer nicht mehr versaut. Ja ich. Ja Michael geht zu dir. In der nächsten. In der nächsten Runde werde ich den Killer machen by the way für die Zuschauer. Oh nein. Oh Mina lauf. Ich habe mich ausgetrickst. Sorry Mina. Ich wollte ihn austricksen und dann hat er mich ausgetrickst. Ich habe nicht gewusst dass du dort bist. Fuck. Wieso springt die nicht darüber. Ich habe auch gleich einen Generator fertig. Was mache ich hier gerade für eine Scheiße. Ja das war ja eine schnelle Runde. Ja Mina du bist so lange nicht am Arsch. Aber ich. Ja doch er bringt mich in den Keller. Was? In den Keller. Ja. Okay sobald er nicht. Sofern er nicht kämmt ist es ein Ohr lang. Er haut ab. Er haut ab. Er kommt sofort wieder hoch. Boah ich kotze im Strahl. Könnt ihr euch um Mina kümmern. Ich habe gleich einen Generator fertig. Ach nein Lutz das bist du. Oh Gott Alter. Er schreckt mich nicht so gut. Okay Lutz komm wir machen. Oh Gott ich bin gerade aus dem Schrank losgegangen und er läuft an mir vorbei. Er kommt runter. Er kommt wieder runter. Oh nee. Okay. Ich sehe ihn noch nicht. Ich fange schon mal den nächsten Generator an. Kommt hierher. Hierher du Sau. Ich lenk ihn ab. Ich versuche ihn abzulenken. Wo bist du? Lutz bist du mit da? Ja ja ich lenk. Oh scheiße. Da ist er. Er kommt. Er kommt mir hinterher. Alter die Bretter sind mir auf den Kopf gefallen. Komm her du Sau. Oh Gott er ist hier Brülich 2. Er kommt mir hinterher. Ja ja ich geh. Ja Leute. Ich habe den nächsten Generator zur Hilfe fertig. Taka. Schnell weg. Und wehe der kommt wieder. Direkt nach rechts hier. Fenster raus. Ich habe ein bisschen Angst dass der bei mir irgendwo ist. Nee er ist immer noch hinter mir. Übrigens. Er galt sich auf. Die haben die Sprunganimation geändert. Das heißt man hakt nicht mehr so. Wenn man rüber springen möchte. Nice. Danke für die Info. By the way wenn diese Folge raus kommt. Bauer. Wir nehmen ja quasi immer vorher schon auf. Deswegen werdet ihr die nächsten 2 Folgen den neuen Killer noch nicht zu sich bekommen. Sondern erst danach. Gute Info. Ich muss mich werfen Leute. Kacke Arsch. Ich habe gerade meinen Medikit kaputt gemacht. Und habe mich nicht geheilt. Oh nein. Ich häng am Haken. Okay. Mega beste Runse ever for me. Okay du bist genau bei mir in der Nähe. Ja er geht weg. Ich kann probieren nicht vom Haken zu holen. Ich muss mal wissen in welche Richtung er geht. Das ist ein Problem. Er ist rechts von mir gegangen. Also nicht in deine Richtung Vater. Achso du siehst mich ja ne. Ja ja. Aber beeil dich. Ist ein guter Killer. Finde ich gut. Okay. Nice. Lass uns erst mal abhauen. Das erste Quicktime Event diese Runde. Die ich jetzt mal auf die Reihe kriege. Er ist jetzt beim Keller. Vater bist du nicht hinter mir? Gerade im Keller. Nee. Ich bin einfach hinten in die Ecke gelaufen. Wieso bist du nicht hinter der Ecke? Ich habe gesagt komm wir hauen erst mal ab. Das ist nicht dein scheiß Drecks Ernst ey. Oh oh. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Oh. Nee. Der ist bei mir. Er hat mich gesehen. Scheiße. Oh nein. Du Assi. Ahhhh. Und er hat mich im Stand down gemacht. Scheiße. Wer ist beim Schweinebaum in der Nähe? Ich sitze in der Nähe. Ich sitze in der Nähe. Ich sitze in der Nähe. Lass mich los. Keiner in der Nähe. Schade. Ich bin in der Nähe. Ich bin aber sowas von direkt in der Nähe. Hoffentlich hört er mich nicht. Ey wer hat den Generator gemacht? Er hat mich gehört. Er hat mich gehört. Scheiße. Holt mich runter. Er ist abgelenkt. Holt mich runter. Lauft. Lauft. Scheiße. Er hat Miner. Ja und ich bin leider. Oh er kommt. 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 Was ist ein Totem? Was ist das? Arnold. Du musst deinen Arsch jetzt hier bewegen. Sonst sind wir gleich im Arsch. Alle drei. Du musst deinen Arsch nehmen. Was ist ein Totem? Arnold. Er kommt in deine Richtung. Keine Ahnung. Er kommt in deine Richtung. Ja. Oh shit. Der hat mich. Oh shit. Ich mach mal einen Fluchtsversuch. Yes. Nein. Lass mal. Lass mal. Ich muss kämpfen. Ich hol dich. Ja beeil dich. Er ist direkt hinter dir Arnold. Du musst dich beeilen. Schaff ich es nicht. Du schaffst es noch. Du schaffst es noch. Du schaffst es noch. Komm noch Junge. Wir müssen uns aufteilen. Er ist wieder zwei. Okay. Aber er kriegt uns trotzdem bei einem Hitdown. Nice. So. Miner liegt im Schweine. Ja ich erhole dich schon mal. Nee der ist doch viel zu nahe noch. Erst bei mir. Erst bei mir. Nein. Einmal antricken damit du wieder stehst und dann weg kann sofort. Ich bin beim Bagger. Erst bei mir. Ich heile Miner erstmal. Lauf weg. Lauf weg. Oh man er hat nicht. Scheiße er hat gerade Padergaun. Oh der ist so langsam. Oh der hat mich schwach ab. Scheiße. Das ist nicht so scheiße. Ernst ey. Komm Lutz. Lauf. Haut ab. Er kommt dahin. Er kommt zu dir. Lutz. Ich komm zu Pader. Ich komm zu Pader. Mach mach. Ich komm mich zu erholen. Ich komm zu Pader. Warte ich bin glatt nur am rushen gell. Mach die Kackrunde ey. Ich bin glatt nur am rushen. Ohhhh. So ich heil dich erstmal bis zum Schluss. Ja. Die muss auf keine Probleme. Die nicht. Ich heil dich dann auch gleich Mushroom. Ja ok. Wir müssen dann unbedingt Miner helfen. Mushroom er ist dir hinterher. Ach ne Quatsch. Nein Lutz er ist hinter dir. Okay sehr gut. Mushroom du bist bei Pader ne. Ja ja. Äh Lutz kommt in eure Richtung. Lutz kommt in eure Richtung. Lutz lauf anders. Es geht nicht anders. Lauf anders. Du Assi verdammt. Komm du Pisser. Ok ok. Ab zu Miner. Ist du zu Miner? Nee erstmal nicht. Alter wer ist hinter dir? Lutz du Assi. Ich bin in die andere Richtung gerannt. Oh meine webcam denke ich schon wieder. Ich mach den letzten Generator. Oh erstmal Miner. Aua Aua. Ich hab Miner. Ich hab Miner. Nein. Halt mich schnell. Ich bin tot. Ich bin wieder unten. Das gibt's doch nicht. Äh. Worauf denn hier? Aber er lässt dich liegen. Naja. Naja. Er ist bei mir. Er hängt mich jetzt aus. Ich bin instant tot oder? Ja ja. Ihr müsst laufen. Ich bin instant tot. Brauchen wir nicht weggehen. Da ist direkt der Haken. Ah Lutzchen sorry. Ich hab nicht gesehen dass du verbunden bist. Ja ich hab ihn gleich. Ich bin gleich fertig. So weg. Ich hab hier kein Generator. Hier ist ja gar keiner. Na guck mal den anderen zu. Pardas Herz für alle 2.0. Oh Mann ey. Pardas tut mir so leid. Ach Quatsch. Alles gut. Lutz. Das ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Ist er wieder bei euch oder was? Das gibt's doch gar nicht. Weg 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 weg. So. Dann guck mal was die beiden macht. Oh nein. Was zum. Äh. Und da hinten. Okay warte dann rush ich mal da und lang. Ja er kommt aber glaube ich ähm. Leute ihr müsst noch einen Generator machen. Er lässt ihn liegen. Ihr könnt ja schon mal gucken wo die Luke ist. Da hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Maschum. Ja. Ist da die Luke neben dir direkt? Stopp. Zurück. Da. Geradeaus. Ne doch nicht. Alter hör auf den Scheiß. Was hat der für Terror Radius? Ja sorry. Sorry. Lutz ist da am Boden rumkriechen. Ich hab die Luke. Die Luke ist übrigens beim Mähdrescher. Die Luke ist beim Mähdrescher. Ja genau. Okay. Okay. Direkt bei Mina. Darf meine Werkzeugkiste nicht verlieren. Allerdings hat er die jetzt auch gesehen. Hast du schon probier irgendwie zum Mähdrescher zu kommen? Ja guck mal der ist direkt hier beim Ausgang. Ich bin doch schon da ja ja. Achso. Und da kannst du dich am besten verstecken. Ja genau versteck dich da irgendwo. Warte versteck dich da und ich ähm. Es kam. Nix ist. Er hebt jetzt Lutz auf. Er hebt jetzt Lutz auf. Ja ja. Als ob er das gewusst der Dicke. Heeeex. Wollt mich auch fallen. Und wahrscheinlich ja. Wieder instant ein Haken. Brauchst du nicht mehr wehren willst. Und tschüss. Kann alles. Komm mal hier. Er kommt sofort wieder hierher. Er kommt wahrscheinlich gleich hierher. Er kommt sofort hierherher. Fluchtversuch. Fluchtversuch. Nice okay. Maschum. Ja. Bleib bei der Luke. Versteck dich bei der Luke. Fluchtversuch geklickt. Ich weiß. Ich bin so ein Lacker ey. Warte hast du gesehen ob der irgendwelche Perks hat. Äh ich kann mir den nicht angucken. Achso weil ich hatte um ehrlich sein das Gefühl der. Ah man. So. Ähm kann sehen wo wir sind teilweise. Aber echt. Scheiße. Der kommt gleich glaube ich instant zu mir. Also ist das nicht so viel rennen. Nicht so viel rennen. Der ist direkt hinter mir du Affe. Ist er hinter dir oder was. Ist er hinter dir oder was. Ist er hinter. Okay. Hä was sind das für Totems alter. Was sind das. Totems. Was ist das. Ich zerstör schon meinen zweiten Totem. Was ist das. Das ist so assi ey. Ich geh immer wieder gucken. Ich geh immer wieder gucken. Warte warte warte. Ich gucke. Ah siehst du das. Dieser Holzkip. Was ist das. Ich hab's doch zerstört. Liebe Zuschauer. Wenn ihr das wisst. Könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Da ist er. Er kommt in den einen Generator hätt's jetzt noch machen können. Er lässt Lutz fallen. Ja ja. Ja wie lang. Wie weit haut er ab. Ganz weit weg. Er kommt in irgendeiner Richtung. Ganz weit weg. Ja na klar wie er mich gewusst. Lauf. Woher hat er das gewusst. Woher hat er das gewusst. Das ist unfassbar ist das. Keine Ahnung ey. Ungut. Ungut. Vor allen Dingen ist er so ungut. Ja lauf lauf. Oh Gott da ist er ja. Verzieh dich du Affe. Und er war schon. Alter das wird ein Endless. Endless Spiel hier. Sehr schön kopf. Das ist Pingpong alter. Eine Witze. Warte schon. Du hast ihn mal los. Eigentlich. Wer heult denn da gerade. Ich. Rum. Warte du bist drinnen ne. Wer heult denn da gerade rum. Und ich sofort. Ey. Er haut ab von mir. Ja. Oh nein. Er kommt wieder. Nicht hauen bitte. Versuch's. Er ist glaube ich beim Mushroom oder? Ich bin. Ja. Oh ja. Er sieht deine Blut vor oder? Oh mein Gott bitte nicht. Du lässt ihn übel zu gut springen. Oh Gott. Er hat ich glaube. Alter war das Lack. Alter hast du Lack ey. Es geht Jungs. Ich hab nie so einen Lack bei mir. Hintet der mich immer instant. Da liegst du voll am. Lutz dich da. Lutz dich da. Nicht da. Falsche Richtung. Der läuft hier mal eiskalt in die Arme. Lutz. Lutz. Ja ich hab gedacht er kommt von rechts. Oh Gott. Leute ihr müsst euch aufsplitten. Will ich beide zusammenlaufen. Ja er läuft mal eiskalt hinterher. Ich kann alles. Guck mal er ist da gerade links vorbei gelaufen. Hast du gesehen. Jetzt trickst ich dir mal richtig aus hier. Oh richtig getrollt. Ah scheiße. Er läuft mir hinterher man. Aha. Macht jemand mal diesen Scheiß. Generator. Ja ich such grad einen. Wie. Hallo hast du schon fast auffällig gehabt. Wie schnell bist du eigentlich du Affe man. Ja gell der ist mega schnell. Das hab ich auch schon gemerkt. Bei dem Mähdrecher der eine Generator war glaube ich fast zur Hälfte fertig. Mashi müsste jetzt auch instant down sein oder? Nein. Ne noch nicht. Ich glaub nicht. Also ich glaub nicht. Wann ist der auch schon fertig? Ne noch nicht. Ich kämpfe noch nicht mal. Wo ist er denn hin? Doch jetzt. Ich seh den doch nicht. Wo ist er denn hin? Ich seh den doch nicht. Lutz hat gleich den letzten Generator fertig. Er ist nicht mehr bei mir also beeil dich. Ich werde definitiv sterben. Definitiv. Ok und weg. Mein Generator ist gleich fertig. Und. Kommen wir rein. Zwei. Eins. Fertig. Nein. Oh fuck und ich bin genau auf der falschen Seite. Oh ja und er ist direkt bei mir. Bleibt einer bei der Luke von euch. Ich weiß nicht wo er ist. Wenn die anderen beiden raus und kann auch der letzte auch durch die Luke ne? Jaja. Dann bleibt einer bei der Luke. Ich hab ein ziemlich ungutes, ungutes, ungutes. Wer ist bei dem, bei dem linken Ausgang? Er ist bei der Luke ja. Ok ich mach den einen auf. Ich lenke ihn so lange auf so lange es geht. Ich renn raus. Ich renn raus. Ich renn raus. Mina wo bist du? Ah kacke. Ich bin bei dem anderen Ausgang. Maschum renn raus. Ja geh raus, geh raus. Ich bin auch raus. Der ist schon offen? Ja. Ja aber das werde ich nicht schaffen. Geh raus Mina und renn zurück zur Luke. Maschum geh raus und Mina renn zurück zur Luke. Alles gleich, geh raus. Zu spät, zu spät. Fuck ich bin auch. Warte, 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 warte. Doch du schaffst es doch Krisen. Jawoll. Yeah. Bist du raus? Nice. Wie er mich nicht aufgehoben hat. Ich denke er hat es extra gemacht. Alter. Meinst er hat es extra gemacht? Ja. Ja. Er hat ein bisschen mit uns gespielt. Guck mal aus den Perks. Was war das? Alter. Ist mega. Erstmal das Spiel bewerten. Das ist gut. Alter. Warte mal mega Perks. Ja du kannst jetzt oben da. Ah ja. Machen wir mal drei. Und kannst auch die Leute dann melden. Falls man meint. Also ich fand es gut. Geile Runde. Oh ja der ist mega Perks. Ich melde mal Arnold. Und zwar wegen vorsätzliche Spielbehinderung. Wegen Tieterei. Ist gemeldet. Tieterei. Wie ein Assi. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Tschau. Tschüss. So meine Freunde. Zweite Runde. Zurück in der Home. Und Leute. Natürlich. Die kleinen fucking Cheater mussten wieder diese elenden Dreckschmerzen nehmen. Ja ja ja. Pader wenns dich tröstet. Die haben das immer noch nicht gepatcht. Wenns dich tröstet. Die haben das immer noch nicht gepatcht. Sonst das Spielfehler wäre. Mit den Vordächern. Das ist ein Spielfehler. Das ist ein Spielfehler. Das ist ein Spielfehler. Anbelangst. Das ist ein Spielfehler. Das müsste ich mal gucken irgendwie. Wie? Habe ich auch noch nicht gesehen. Übrigens wollte ich noch jemanden grüßen. aus der Pader Community. Den mega YouTube Fan Nummer 1. Der hat mir einen sehr sehr netten Kommentar dar gelassen. Der kommt von dir Pader. Du stinkst. Da hat er geschrieben. Oder was? Ja das wäre ja. Das wäre ein Kommentar der eher so. Bei dir würdig wäre. Hätte ich jetzt gesagt. Wow. Da kriegst du Affe Mann. Komm her du kleine Fotze. Ich habe nicht einen einzigen Generator hier gesehen. Willst du nicht den verarschen? Scheiße. Ah geil. Vordach. Du ein junges Kind. Ich habe genau gesehen dass du da hoch gerannt bist du Arsch ey. Aua. Aua. Komm zurück. Hä? Was zum. Jo ich geh drauf Leute. Nee drauf gehen ist heute nicht over target. Nee das ist wirklich nicht over tactic. Das gilt nicht. Sterben ist nicht. Hallo. Kleines Ferkel. Lass mich in Ruhe Mann. Nee. Das ist doch nicht möglich dass du mir schon wieder hinterher rennt. Hier. Sag mal hat hier irgendeiner mal ein Generator gefunden? Ja ich bin gerade dabei. Tausende. Ich habe dich einen gesehen. Komm zurück Arnold. Lass mich in Ruhe Mann. Lass mich in Ruhe Mann. Ah. Gittert. Ihr habt so viel Zeit gerade. Ja ich habe einen gefunden. Werde ihn wahrscheinlich dreimal fehl zünden. Ich habe dich verloren ne kleine Sau. Easy. Erster ist fertig. Einer muss ja immer den Anfang machen ne. Aber die Map ist so unübersichtlich durch die vielen Häuser ey. Ich hasse das alter. Wie du hast das. Wie spielt ihr auf der Map gegen mich? Wann müsste das eigentlich richtig easy sein für euch? Ui das war knapp. Fast Fehlzündung. Ich finde die Map ist mit einer der schwersten. Ja. Ja. Auf beiden Seiten tatsächlich. Noch muss es mal ehrlich sein. Auf beiden Seiten. Ich finde du hast ja so viele Versteckmöglichkeiten als Überlebender. Dann noch diese Vordächer scheiße. Ja gut aber wenn du halt nichts mehr hast und so. Es gibt halt mega viele die gehen ins Haus. Dann springst du runter. Und die kommen halt einmal hoch. Springen einmal dir hinterher. Und die wissen halt auch sofort dass du runter springst und gehen erst gar nicht nach oben. Die gehen sofort weiter. Das ist echt fast. Ohhhh. Mime meine Liebe. Ich wollte doch mal den Ball mit dem scheiß Ding fertig machen. Ohne Scheiß. Dich will ich auch noch mal nicht. Abua. Kannst du mal auch bei mich zuhauen. Nein. Wo bist du denn drauf? Kannst du mal auch bei mich zuhauen. Alter ich war drüber. Du warst nicht drüber. Das ist voll unfair. Ich war voll drüber. Cheaterpader man. Die wenigstens einen. Mach die Hexe aus. Die wenigstens einen am Haken. Sehr ruhig. Der ist schon fertig oder weh? Man. Heute ist nicht meine Runde. Ohne Rana das gute Ding. Mann. Verrecke. Verrecke. Nanananana. Wir brauchen dringend noch einen Überlebenden. Verdammt. Jaatsch. Meiner ist jetzt fertig. Er latscht die Straße runter. Ja mach nur weiter. Sehr gut. Er latscht noch bei mir rum. Die olle Camper sau. Ich seh dich doch gerade. Ich camp überhaupt nicht. Ich will nur in die andere Richtung. Du bist direkt vor mir. Du bist gerade direkt an mir vorbeigehen. Ich will doch nur in die andere Richtung. Beruhig dich. Kannst doch bei der anderen Seite von der Map lang gehen. Ehrlich jetzt mal. Eins. Hashtag. Pada ist blind. Ich hab dich nicht gesehen. Das ist ungefähr gefühlte 5 Meter vor mir. Ja. Wirklich. Hashtag. Sag ihm das doch nicht. Sonst kommt er zurück. Was sieht das aus? Jetzt ist er wieder bei mir. Jetzt ist er wieder bei mir. Oh Mann. Pada ey. Du Camper sau. Ich hab hier gerade einen langschleichen sehen. Hast du nichts? Da ist er doch. Komm her. Das ist alles genug. Oh nein. Hey. Hey. Das ist nicht gelogen. Das ist nicht gelogen. Das ist nicht gelogen. Komm. 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 Willst du das bei euch machen? Ja. Wie er ihn verarscht. Lutzii. 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 Wie er mir hinterher rennt, gell wieder? Nein. Wie ich jetzt scheiße. Euch da nicht. Scheiße. Euch da nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ganz im Ernst. Das ist so unfair, dass das noch trifft. Obwohl das Ding runtergegangen ist. Das war aber verdammt knapp. Muss man wohl sagen. Nice. Alter ey. Das ist... Ohne Scheiß. Find das nicht witzig ey. Wenigstens einen, den ich hier mal... Ach guck mal. Direkt beim Haken. Ja. Komm. Natürlich. Wo sonst? Und zack. Weißt du was? Ich hoffe deine Bandagen schnür dir die Eier ab. Boah. Rage Mina ist voll am Stüsel. Ja, meine Webcam flippt grad schon aus. Die hängt grad wie Sau. Hahaha. Schon wieder zu hart irgendwo auf den Tisch geschlagen. Achja. Rage Mina. Rage Mina. So wird die Folge heißen. Na toll. Dankeschön. Oh. Die hier. Ich werde dir. Was ist das, Mann? Ich blicke es noch nicht. Man kann es kaputt machen, aber warum? Ach, da kriegst du 400 Punkte für. Krass, gell? Krass, gell? Aber du kriegst doch hier sowieso keine Blutpunkte. Ach, das Totem? Ich seh die aber, ne? Also mir werden die auch gesondert angezeigt. Die Totem? Ja. Okay. Ich kann aber mit denen nichts mehr machen. Ich kann aber mit denen nichts mehr machen. Ich hab vorhin kurz vermutet oder gedacht, vielleicht sieht mich der Killer damit besser. Weißt du, was ich mein? Das ist wie so eine Art Sensor, die arbeitet. Dass er nicht da drauf zu beinahe, dass er sieht, aha. Deine Mutter. Du Lutz, oder was? Nein. Ich sag mal, ich hab noch keinen Generator gemacht, gell? Ja, die sind auch schwer zu finden. Wow, Lutz, ist das denn fucking ernst? Pass auf die Raben auch, ne? Wo bist du, Lutz? Bin safe. Stell dir ein Baseballspiel vor, ja? Und ich nur SAVE! Eben schnell aus dem Fenster gesprungen, weiß auch was vor davon. Und dann ganz laut geschrien SAVE! Ein fucking Penner, ey. Fucking Penner. Wie mit eurem scheiß Vorder. Hey, Lutz, ich seh dich. Was ist das? Oh, Totem? Das ist das Totem, das ist ein Totem. Kaputt, Mann. Das finde ich aber nicht so geil, dass du das machst. Oh. Du willst die Punkte abgriffen, ne? Ne, ne, weil er hat ja gerade gesagt, er sieht sie doch gesondert. Juckt mich nicht. Okay, ich hab keine Spattung. Alter, wie ich dieses Vorder ich auch hasse, ey. Übrigens da oben... Kein Wunder, lass da laufen. Ja, ja, alles gut. Ich will Killer Rage quitten, weil die sind echt übel, die scheiß Dinger. So lange du jetzt nicht Rage quittest. Der ist gleich so, ich hab keinen Bock mehr. Bäh! Oh, komm! Du bist ja auch der Nächste raus. Das gibt's nicht, Alter. Du bist so ein Hurenkind. Ey, das macht keinen Spaß mit diesen scheiß Vordächern, ey. Es ist kacke. Nimm die Scheiße aus dem Spiel raus. Das ist wirklich zum Kotzen, ey. Fader. Ja. Dieses es ist kacke wird dann definitiv am Montag oder am Donnerstag auf dem Soundfall landen, ne? Ja, Schatz, Digga, ja. Mushroom, ich feier das da gerade, ne? Das sah schon ein bisschen cool aus, gell. Das ist das goddamn Vordach, ey. Oh, Lutz, machst du noch ein paar Generatoren bitte? Generator? Ich kann ihn ablenken. Pader. Hallo. Oh, Luzi. Komm mal zurück. Lass mich dich einmal kurz knutschen. Unfassbar. Unfassbar. Was denn? Dass du ihn knutschen willst, du Sau. Ja. Ja, wieso? Das macht man nicht. Weißt du, jetzt rennt er wieder in die Erhöhte hoch. Und wieder aufs Vordach drauf. Komm jetzt zurück, Mann. Alter, sowas ist auch asin, weißt du? Deine Mutti, Alter. Komm noch. Ich seh keine scheiß genauer Tonnen, Mann. Ja, so ging's mir eben die ganze Zeit. Du bist so ein Hurenkind. Und als ob ich auf die Straße gehe. Als ob ich auf die Straße gehe, sowas kenn ich gar nicht. Geh nie auf die Straße. Ich lass ihn auf die Straße gehen. Was? Nein. Sowas mach ich nicht. Lucien ist verletzt. Er hat mit dem Feuer gespielt und hat sich verbrannt. Ja. Luzi. Warte, deine Schwester. Oh, Alter. Was? Mach was. Junge. Der fängt halt direkt den Generator hier an, bist du eigentlich komplett behindert. Luzi hat gezaubert. Luzi, komm hier mal. Und ab aufs Dach. Ja, das... Ey, das ist doch fies. Ey, das ist doch fies. Es ist so klar, Leute. Sehr legitim. Ja. Na ja. Dann machst du nix. Dann halt nicht. Dann machst du nix. Gegen Cheater Lutz. Assi, Assi Lutz sagst du? Was haben die Zuschauer nochmal gesagt? Was darf man gegen mich verwenden hier? All die Assi Perks. Voll unverdient. Hab ich überhaupt nicht verdient. Voll viele drin. Ich habe überhaupt gar keinen drin. Wer hat die denn dann alle drin? Das ist Mushroom. Der spielt nicht so oft bei Daylight, ne? Wir haben eigentlich Accounts getauscht. Ja, schon. Aua. Entschuldigung. Hm. Hoff zu heulen, Alter. Du bist... Ich weiß gar nicht was. Alter, bei mir wird's richtig dunkel klar. What the fuck? Ich seh nichts mehr, irgendwie. Wieso? Ist alles dunkel bei dir? Alter, what? Muss man eben hier die Cheats activated. Ich muss eben schon am Monitor rumfummeln. Was ist das? Was denn? Alles dunkel? Das Spiel gerade irgendwie verdunkelt. Ich muss, glaube ich, mal ein Schwarzwäer ein bisschen höher stellen. Hm. Da kann ich zumindest noch ein bisschen... Da seht ihr Leute, dass er cheatet. Alleine Mutti. Ja. Ich hab gehört, schwarze Bildschirme bekommt man nur dann, wenn man einen cheatet. Oh. Ja. Ah, Leute, könnt ihr nicht mal einen Generator machen? Uh, lecker. Hallo? Nein, Mann. Ja, alles klar. Wie jeder gekämpft hat, Mann. Guck mal, Alter. Wie ich gekämpft habe, ich bin die ganze Zeit rumgelaufen. Ab aufs Vorderach. Ja, du gehst jetzt wieder hoch aufs fucking Vorderach. Oh shit, Lutz. Scheiße, du hast mich erwischt. Guck mal. So kotzen, Alter. Ganz weit weg, Alter. Ja. Ja, Leute, so mache ich das Spiel. Ich keinen Spaß. Alter, da kommt er wieder angewischt, ey. Nee, scheiße. Wie er heult, ey. Was? Alter, was für eine Reichweite. Komm. Jetzt gibts aufs Maul, Alter. Guck mal, was für eine Reichweite, wo er mich gekriegt hat. War schon dreimal drüben. Das ist total tief. Ah, das war jetzt aber schon grenzwertig, ey. Grenzwertig. Ich glaube, Parachide, der hat irgendwie so einen Langarm-Bot anwand. Langarm-Bot, ja. Lutz, machst du die Tore auf? Ja, Junge. Ah, scheiße. Guck mal, es dauert viel zu lange, dass du dich runterwiegeln kannst. Ich seh' ein paar. Ja, Arni. Aua. Sau. In your face. Ah, die Dinger sind viel zu nah dran, immer. Ist das Tor offen, Lutz? Ja. Ich werd... Nee. Und Fluchtversuche klappen halt auch nie. Geh weg, Lutz. Hallo, Lutz. Hau ab, Lutz. Nein. Komm zurück, Lutz. Rück. Na, für ein Glück, Alter. Mega. Du musst irgendwie zum Ausgang, Lutz. Soll ich sterben, Lutz? Und gut. Und gut. Nicht zu mir, Lutz. Hau ab, Lutz. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ist ne gute Sache. Einer muss überleben. Einer muss... Einer muss es schaffen. Einer muss es schaffen. Ey, was ist vorne da? Schaffst du's? Ja, klar schafft der mich selbst. Oi. Ich hab was... Ich hab nichts gemacht, die Runde. Nichts. Ich auch nicht. Doch, so ein Dreivuchtel-Generator ungefähr. Ein Tote mach ich zerstört, ey. Immerhin. Ach, ja. Alter, dreieinhalbtausend Punkte. Pfff. Guck mal, was den Percs da drin hat. Pardusch, die bewerten eins. Also der Killer war immer zu schlecht. Alter, die Web ist einfach nur scheiße. Wer hab ich dazu zu sagen. Als Killer ist die Kange. Besser damals. Lutz, mach mal rein. Ich würde auf die neue Map los. Nein, nein. Jetzt machen wir erstmal Feierabend für diese Runde. Wir sehen uns dann nächstes wieder. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.